Nein, nein, ich bin weder Schwabe noch ein Sparfuchs. Aber unnötig Strom verbrauchen, das muss ja auch nicht sein. Hier meine guten Gründe, warum ich meinen Laserprinter nicht ständig mit Strom versorge. Erstens, ich brauche ihn viel, viel zu selten. Zweitens, weiß ich nicht, wie schädlich frei werdendes Ozon ist. Und drittens, ich habe noch ein Shelly übrig. Los geht's! Zweitens, ich brauche ihn. Zweitens, ich brauche ihn. Zweitens, ich brauche ihn. Zweitens, ich brauche ihn. eingeschaltet. Hey Siri, schalte Printer aus. Okay, Printer ist ausgeschaltet. Hey Siri, schönen Abend. Vielen Dank, dir auch. Vielen Dank.